die nachfolgende sendung ist nicht für zuschauer unter 18 jahren geeignet also hier steht einfach settings soon settings die 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 optionen kommen noch die optionen die musik ausgestellt richtig hart weißt du bist einfach in dieses spiel reingeworfen ohne erstmal einstellungen tätigen zu dürfen jetzt wird rasiert jetzt wird rasiert das ist einfach die stimme von spongebob ich schwere bei allem also zumindest synchron sprecher warum habe ich ständig irgendwie soundprobleme ich schwöre ich habe noch nie so ein hässliches und so ein ich bin einfach im gegnerischen spawn jetzt wird mir ich weiß eigentlich gar nicht auf was ich schieße oder weißt du wir haben jetzt zeit verplempert mit diesem game das über drunter zu laden und 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 stream festzumachen dass ich eigentlich direkt kotzen gehen könnte wirklich also ich würde jetzt aber irgendwie ich finde es geil ja weil du glaube ich behindert bist man wie kann man so ein dreck geil finden was ist das was das für ein game fresh apple willkommen stream ich kann es ich weil ich würde ich würde gern sagen was es für ein game ist aber ich würde es gerne beschreiben aber ich kann es nicht also ich würde ich kann es aber nicht ich bin der beste achte bist du mich wirst du mich verarschen wie kann man in diesem game der beste sein mann du no hand alter du bist doch nicht so dumm da rasiert er einfach das spiel ja genau glaub mir du kleiner wichser du das waren das jetzt ja jetzt will ich jetzt aber auch hoffen dass ich dich getroffen hat du missgeburt ist das so richtiges trash game ich habe ich habe keinen von mann wir können jetzt doch mal doch schon wieder 15 killst du wichser was machst du eigentlich ja jetzt das ist das ist das folter ich werde hier gefickt ich hab ich hab dir schon gesagt dass ich von dem game gefickt werde aber jetzt werde ich habe mein xbox controller geht das schlonek floh wurde gekickt wirklich jetzt dann gehe ich auch raus flonic nick wurde gekickt ich habe schon drei kills als offene glaube ich denn jetzt nicht glaube ich denn nicht die gleich nee nee jetzt kann sich mal verpissen von dieser welt alter spawnschutz nein ich dachte die erste linke komfort der eine da unten ist aber dieser spawnschutz ist halt dass das ekelhafteste was es überhaupt gibt es hier auch noch mit kann man man kann nicht durch fenster schießen ach ja man kann fenster kaputt machen also ich habe auch in dem ich schieße man genau gleichen moment wie du aber neinis zählt mehr oder wie ich bekomme als ob ich das ist nie so beloved wetteln lol ich habe ihn im gleiche ich habe ihn auch ein ganz alter alter weg mit dir du wichser vergeltung hier tricks game da bist du ich komme nicht mehr vor jetzt kommt darüber in der wichser jetzt ich fick ihn als ob das jetzt nicht drauf war 64 hallo jetzt kommt der wichser von links alter so ein kleiner diese 73 was weiß ich da mit den zahlen das ist doch lächerlich das ganze game ist lächerlich er ist doch so man ich finde es nicht mehr stimme nicht weggewichst werde weil ich weiß dass das ganze game an sich und regierung sagt du wichser ich trete dem sein schädel ist so riesengroß und du willst mir nicht erzählen immer einer kicken danke er ist ob du mich jetzt gekillt hast weiß ich hatte diese schaffe so ein kleiner hurensohn alter wenn ich den ich fick den weg ich fick den im aus meinem leben alter ich fick ihn jetzt ich habe ich habe keine anderen waffen mehr warum nicht als ob er nicht hackt und das soll kein pay to win sein was diese also wenn das nicht pay to win ist der hat eine rüstung das ist ekelhaft es war ja wenigstens habe ich jetzt bekommen ist kein wichser